hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von die test camper heute mit einem ausgebauten kastenwagen und der hat wie ich finde einen ja ich finde lustig den namen weil das ist nämlich der große hannes ja passt der große hannes wie kommt man auf diesen namen nun ganz einfach er kommt von der firma hannes camper und hannes camper wiederum ist eigentlich ein wo eine wohnmobilvermietung eine reisemobilvermietung und die hat natürlich extrem viel feedback von kunden und kundinnen und haben sich gedacht jetzt bauen wir einfach mal einen kastenwagen nach unserem geschmack und lassen dieses feedback da einfließen und rausgekommen ist eben der große hannes 6 meter 36 lang und los geht es bei diesem fahrzeug bei 78.900 euro ja zum preisen könnte ich viel sagen muss ich aber nicht denn das fahrzeug hat tatsächlich alles relevante an bord das ist der wahnsinn also die was was andere an preislisten haben hat der einfach an serienausstattung drin die sonderausstattung beschränken sich tatsächlich auf drei pakete und davon sehen wir eins ganz gut das aufstelldach das kostet 6.900 euro dann das solarpanel was da oben drauf ist das strompaket das kostet 2.900 euro damit erschöpft sich die sonderausstattung von dem fahrzeug aber für die 2.900 euro vom strompaket gibt es drin auch noch einen wechselrichter mit 2000 watt also durchaus brauchbarer leistung und der speist alle steckdosen was natürlich super ist wenn man irgendwo so wie hier steht könnte man da drin jetzt komplett die 230 volt steckdosen nutzen das dritte paket ist das tv paket da ist dann fernseh fernsehhalter und satanlage drin das hat das fahrzeug aber nicht verbaut ja addiert man die punkte zusammen kommt man knapp unter 90.000 euro raus ja und was es dafür gibt schauen wir uns jetzt an der große hannes basiert wie man unschwer erkennen kann auf dem citroen jumper mit serienmäßig 165 ps wer möchte kann auch einen fiat ducato haben das kostet allerdings 8.300 euro mehr das klingt jetzt auf jeden fall mal nach einem massiven aufpreis weil normalerweise ist so ein ducato ja so um die 2000 euro teurer als citroen liegt aber daran der ducato kommt dann auch mit 180 ps unter neun gang automatik hier ist allerdings ein sechsgang handschaltgetriebe an bord der große hannes steht auf einem maxi chassis das heißt er hat auf jeden fall genug achslastreserven die 16 zoll alufelgen von bohrwert gibt übrigens natürlich serienmäßig hier haben noch den stromanschluss 230 volt so weit so gut und wir sehen drei scheiben drei fenster rahmen fenster sieht schick aus hier für die sitzgruppe da fürs bad und hinten für den schlafbereich kommen wir zur heizung und wenn man diesen kamin sieht könnte man ja meinen hier ist eine gasheizung verbaut nein inzwischen haben auch die dieselheizungen diesen auslass kamin hier ist nämlich eine kombi 4d eingebaut der abwassertank liegt hier unten ist isoliert und beheizt der auslass funktioniert über ein elektrisches ventil also sehr komfortabel einzig ist der auslass ein bisschen zu weit unter dem fahrzeug wenn er ein bisschen weiter draußen da könnte man auch besser ziehen so auf zwei stecken fährt dem toilettenschacht da bin ich jetzt sehr gespannt wird magnetisch offen gehalten was schon mal sehr gut ist das heißt man hat beide hände frei um mit der kassette zu hantieren und siehe da dieser schacht ist schön abgedichtet da hat hannes kemper wohl auf kundenfeedback gehört oder auch schlechte erfahrungen gemacht mit anderen fahrzeugen als es dann da drin rumgesuppt ist auf jeden fall sehr lobenswert einen punkt habe ich hier auf der seite noch das ist hier die außendusche so die klappe geht etwas schwer auf aber warmwasser kaltwasser serienmäßig alles da kann man mal hund katze maus fahrrad oder sich selbst schnell mal abduschen das war es von der seite philipp zeigt euch das heck genau kommen wir zum heck und hier sehen wir auch schon zwei ausstattungsmerkmale wofür andere hersteller sehr sehr gerne auf preis nehmen das ist zum einen hier die kamera und dies beim hannes camper sogar zweiteilig ausgeführt wir haben hier unten die linse für den nahbereich mit leds drum dass man hier eben auch eine gute sicht hat und die vordere linse die ist etwas weiter nach hinten gerichtet so dass man sie eben schön als rückspiegel nehmen kann die zweite besonderheit ist hier die anhängerkupplung die ist auch im preis enthalten das ist super praktisch wenn man hier mal ein fahrradträger drauf packen will oder vielleicht ein anhänger mit einem kleinen roller oder motorrad dass man vor ort eben noch mal mobil ist schauen wir mal hier ins heck und damit wir mehr sehen machen wir die türen natürlich komplett auf knöpfe hier sind gut zugänglich und man sieht schon hier innen alles schön mit leder verkleidet mit kunstleder wahrscheinlich und wir haben jetzt zwei große fenster drin die fenster hier im hannes camper sind jeweils mit sperrriegeln gesichert das heißt man kommt von außen auch einfach nicht so leicht rein denn die riegel lassen sich eben erst richtig bedienen wenn der sperrknopf gedrückt ist die aufteilung hinten sieht man ganz klar großer stauraum in der mitte hier kommen tische stühle etc kann man hier rein legen die vordere schottwand lässt sich zur seite weg klappen die ist hier mit magneten versehen wird einfach aufgeklappt an scharnieren und dann über magneten arretiert falls die länge von dem stauraum nicht ausreichen sollte hier an der seite haben wir ein normales kleines fach mit einer öffnung was wir so beladen können dahinter der bereich der ist geschlossen das liegt daran dass dort der frischwassertank untergebracht ist der bei dem fahrzeug hier circa 112 liter volumen hat hier ganz schick gemacht das ein großer auszug da ist in dem fall jetzt die außendusche drin und das pannenset und equipment was man ebenso zum campen braucht aber das ist natürlich schick gelöst hier auch noch mal mit dem schriftzug die gasflaschen die sind hier hinter der klappe das ist natürlich relativ schwierig zum einladen denn 11 kilo flaschen passen hier wirklich nicht gut durch ist natürlich quatsch die gasflaschen werden hier über die klappe oberhalb beladen dafür muss allerdings das lattenrost raus was demnach ein kleiner kritikpunkt ist denn man muss die matratzen auf seite tun die lattenroste lassen sich hier einzeln bewegen und entnehmen und dann kommt man hier an die klappe zum flaschentausch relativierend muss man natürlich sagen man wird sehr sehr lange hinkommen mit dem gas denn wir haben ja schon gesagt es ist eine dieselheizung an bord das heißt zum heizen wird hier eben diesel und kein gas gebraucht das bett selbst haben wir schon ein stück weit gesehen liegt hier so auf gefederten holzlatten die matratzen sind sehr bequem ich habe da eben schon mal drin gelegen gefällt mir und man kann eben zum beladen oder um es sich gemütlich zu machen sowohl das kopf als auch das fußende von diesem teil hier aufstellen so das ganze lässt sich noch einmal in dieser richtung klappen so dass man dann eben den weg frei gibt auch für höhere güter ich weiß hier kann man wahrscheinlich sogar ein fahrrad reinstellen und sichern was ich nicht ganz rausgefunden habe ist wo man das hier befestigt damit es oben bleibt weil dieser kunststoff halter der wirkt mir nicht wirklich vertrauenserweckend um das komplette gewicht des bettes zu tragen so machen wir das ganze wieder zu das ist komplett lose eingelegt das lattenrost das kann man dementsprechend auch entnehmen wenn man hier mal irgendwie paar transportaufgaben mit erledigen möchte was mir sehr gut gefällt dass die ganzen wände hier so weich abgepolstert sind das schauen wir uns aber nachher noch mal von drinnen an machen wir hier hinten wieder zu kleinigkeit die mir noch sehr gut gefällt ist dass die stange für die markise hier oben sehr sehr gut verstaut ist und eben nicht lose im stauraum rumfliegt hier auf der seite haben wir wie besprochen den frischwassertank deswegen auch hier natürlich den einfüllstutzen mit 112 litern einziger kleiner kritikpunkt wenn man das frischwasser mal ablassen muss weil wir im winter ja eben das hin und wieder tun müssen da muss man sich herunter beugen und ist dann hier in dem roten hebel genau im spritzbereich des hinterrades das heißt da kann man sich natürlich gut schmutzige finger holen wo ich gerade hier unten bin als 640er hat der jumper hier natürlich diese markierungsleuchten denn die sind ja ab sechs meter vorgeschrieben wo frischwasser reinkommt muss natürlich auch ab was heraus das fahrzeug hat einen 80 liter tank verbaut der unterflur und beheizt ist und auch das im serienumfang beziehungsweise im preis enthalten apropos im preis enthalten das gilt auch für die markise die leuchte mit regenrinne und die trittstufe ja ich würde sagen das war's von ich habe platz genommen in der sitzgruppe das eine klassische halbtinette wie jetzt in den meisten campingbussen üblich wobei so ganz üblich ist es da auch wieder nicht wir haben ja nämlich schöne stoffverkleidete seitenwände das sieht so ein bisschen aus wie der dachhimmel in einem pkw und dieser tisch der an der wand eingehängt ist ist jetzt auch kein üblicher holztisch sondern erst aus einem leichtbaumaterial wie übrigens alles hier im fahrzeug das zeige ich nachher noch mal genauer angeblich soll der gesamte innenausbau laut hannes camper rund 200 kilo leichter sein wie ein herkömmlicher holzaufbau interessant also man merkt zumindest schon mal wenn man den tisch hier anhebt hier seht ihr noch mal die dreh die dreherweiterung dass man aus von dem sitz gut rankommt wenn er fixiert ist steht er auch echt stabil für so einen eingehengten tisch da gibt es nicht viel zu meckern zumal er wie gesagt aus einem leichtbaumaterial ist was man dann auch spürt wenn man ihn hier raus nimmt ich lecke mal kurz hier rüber also er ist auf jeden fall spürbar leichter als ein herkömmlicher tisch man kann dieses tischbein rausnehmen und kann ihn dann hier unten tiefer einhängen und sich dann hier noch ein kleines gästebett für kinder enkel etc zusammenbauen was haben wir noch auch ungewöhnlich eine kombinierte usbc und normale usb dose und eine 230 volt dose warme luft kommt hier raus dann haben wir am fenster noch einen schalter für die truma kombi d heizung weil der kamin ist ja hier drunter das heißt wenn die heizung läuft und man das fenster aufmacht wird sie zum schutz vor abgasen mit diesem schalter abgeschaltet hängeschränke aber hier zwei und man sieht auch ein bisschen vorsichtig hoch weil da der gurt gerade runter hängt die scharniere sind auch sehr ungewöhnlich hat wahrscheinlich eben auch den grund in diesem leichtbaumaterial weil diese klappe ist wirklich federleicht soft close ist natürlich auch mit dabei so wenn ich jetzt mal hier das polster abnehmen was übrigens auch schön gelöst ist ohne großes gefummel hat man dieses polster weggenommen hat mit freiem blick auf die kombi d heizung auf die druck pumpe und hier auf die elektro zentrale man sieht auch es ist ein komplett ausschalter hier eingebaut das heißt wenn man das auto länger mal parkt kann man wirklich die komplette elektronik hier vom netz nehmen wie so fix ist ebenfalls mit an bord das ding mal schnell hier wieder drauf funktioniert auch echt super und natürlich wenn man mal an die zentrale will ohne das polster weg zu machen hier unten hat man dann nochmal einen seiten zugang und wenn man jetzt hier in die ritzen reinschaut sieht man auch da ist ein schaumstoff drin in dieser holz laminierung und das ist das geheimnis warum hier alles so leichtes ein letztes habe ich noch hier unten nochmal ein auszug auch mit belüftung ist wahrscheinlich für schuhe gedacht wobei meine schuhe werden jetzt ein bisschen zu groß dafür aber die typischen crocs flipflops adiletten oder sonstiges kriegt man da schon unter was ich auch sehr gelungen finde ist dieses alu teil in dem zwei led leisten angebracht sind hier mit touch schaltern zum aktivieren das sieht wirklich sehr schick aus und jetzt gehen wir richtung küche hier über der eingangstür sehen wir den batterie computer und das control panel kann man sich die füllstände von wasser abwasser anzeigen lassen auch die batterie füllstände und man kann hier die druckpumpe aktivieren daneben haben wir noch das display der truma inet x das heißt wir kann hier die bauttechnik auch per handy app steuern und das gute ist wenn es hier mal fehlermeldungen gibt dann stehen hier nicht in kryptischen codes dran wie w516 sondern dann steht einfach hier dran gas ist alle das ist sehr schön auch tatsächlich serienmäßig dann kommen wir zur küche die beginnt hier vorne am kühlschrank der ist vor kopf angebaut ist ein domatic serie 10 den man hier von hier hin gut erreichen kann und natürlich auch von draußen weil er eben den doppelanschlag hat der küchenblock an sich ist wirklich groß gehalten man hat also jetzt schon in der konfiguration ausreichende arbeitsfläche wenn man aber mehr braucht hat man eine vorne noch mal einen auszug der für sachen da ist und hier hinten dieses brett schiebt man hier vor hat es runter hat also hier noch mal zusätzliche ablagefläche also das sollte ja auf jeden fall gut ausreichen gekocht wird auf einen zwei flammen kocher das sollte eigentlich für die übliche benutzung ausreichen er hat keine abdeckung das heißt wenn ich nicht brauche habe ich natürlich hier auch keinen abstellplatz weil ja die flammen hier oben raus reichen was natürlich auch zu bedenken ist wenn hier mal was über kocht geht es natürlich sofort hier im küchenblock also muss man dann schnell sein im lappen um zu verhindern dass alles auf dem boden tropft weiter geht es hier mit dem spülbecken das ist relativ klein gehalten dafür aber tief und hier mit dieser schönen armatur sollte man trotzdem halbwegs töpfe spülen können so wir haben hier noch eine 12 volt steckdose eine 230 volt dose und noch mal kombiniert usb c usb a sowie sämtliche lichtschalter um hier alles mögliche an und auszuschalten im stauraum haben wir zwei hängeschränke und einmal mit regalboden einmal ohne regalboden für küchenutensilien und was hier oben nicht reinpasst passt dann hier unten rein diese schublade da ist übrigens auch der gashahn für herz zu finden eine zweite schublade haben wir unten die auch schön hoch ist das heißt die kriegt man auch schön flaschen rein dann kommt hier noch mal ein stauschrank so ich gehe mal von der seite da haben wir hier die steck schublade und ein regalboden den kann man auch schön rausnehmen das sind was nämlich auch noch mal schön diesen leichtbau das wirklich da wiegt quasi nix und hier sieht man dieses was wird sein so eine art styropor nur in stabile aber das ist wahnsinn wie leicht dieses brettchen ist wieder rein damit dann kommen wir noch zu diesem sideboard ist natürlich prädestiniert um zum beispiel die kaffeemaschine abzustellen die dann hier ihren strom her kriegt dann noch drei offene ablagen vielleicht für gewürze und ähnliches und dann kommt hier noch ein schrank der wird allerdings zum schlafbereich denn dass ich mache mal platz denn das ist ein kleiderschrank zum hängen der schön hoch ist zwar nicht wirklich breit aber wie gesagt die hängehöhe die passt hier auf jeden fall und dann würde ich sagen das war es von der küche philipp macht weiter mit bad ich habe hier schon mal im bad platz genommen und das ist natürlich gassenwagen typisch eng wobei hier auf der toilette reicht der platz gerade so das einzige anlehnen ist schlecht man hat hier immer die eine der beiden handtuch stangen am hinterkopf wobei wie gesagt insgesamt ist es schon nutzbar das ganze wird hier mit so einer lamellen schiebetür verschlossen und da das ganze wirklich ziemlich eng ist nehme ich einfach mal die gopro mit rein um euch die details zu zeigen zum einen haben wir hier ein ziemliches spiegel kabinett aber einen sehr sehr stylischen waschtisch mit so einer aufgesetzten schwarzen keramik schale sehr sehr hochwertige armaturen von hansgrohe das ist meines wissens sogar hausqualität und das ganze hier noch mal mit einer duschbrause wenn wir hier an die decke schauen das ist wie im ganzen fahrzeug so weiches leder ich habe jetzt gerade noch die einlegeschale im boden drin das heißt mit der mit der kopffreiheit ist es bei mir tatsächlich eng das schöne ist durch diese weiche polsterung wenn man hier mal anstößt ist auf jeden fall nicht schmerzhaft und zum duschen kann man die holz sollte man die holzanlage herausnehmen deswegen gewinnt man da natürlich auch noch ein zentimeter das bad ist auf jeden fall sehr sehr gut abgedichtet im detail und deswegen gehe ich davon aus da hier auch keine schienen für den duschvorhang sind dass eben diese tür weit genug abdichtet so dass man hier drin duschen kann von den platzverhältnissen ja es ist nicht riesig aber ich denke für den notfall kann man hier auch mal unterwegs drin duschen ein witziges detail was ich euch zeigen will ist hier die fenstereinfassung das ist fast wie zu hause hat man so eine art fensterbank da kann man sich dann irgendwas dekoratives drauf stellen und zum entlüften gibt es ein ausstellfenster was sich natürlich auch noch mal separat verdunkeln lässt so jetzt aber wieder raus aus dem bude warum ist die tür hier so moment so einmal rausschlängeln und dann sieht man das bad noch mal in gänze das bett vom großen hannes ist hier im heck untergebracht beziehungsweise bei dem testwagen das erste bett ist hier im heck untergebracht und es handelt sich um ein quer oder längsbett da haben wir gerade noch mal ein bisschen darüber diskutiert weil die angaben sind 190 auf 187 ich bin 187 es ist in beide richtungen eng aber machbar ich zeige es mal kurz also ich kann hier sowohl quer mit leichtem kontakt zu werden zu den wänden schlafen als auch längs passe ich hier gut rein das heißt das ganze kann ich eben tagesform abhängig wählen hier habe ich natürlich den vorteil den blick in den sternenhimmel und dafür dass es ein längsbett ist spricht auch dass man hier eben zum lesen oder ähnlichen die kopf das kopfteil aufstellen kann und sich dann hier gemütlich machen kann stauraum haben wir hier in offener form der werden wird die ladung dann mit solchen spannen gummis gesichert das sieht sehr sehr ansprechend aus auch von der form her und hier auf der anderen seite haben wir eben drei dachschränke die mit einem riegel sicher einrasten und dann eben auch gesichert sicher zu halten hier drunter haben wir wenn man das bett quer nutzt insgesamt vier lese spots das sind solche touch spots wenn man hier in der mitte drauf drückt kann man die dann eben ein oder ausschalten und ganz wichtig natürlich am bett auch ladepots die haben wir hier und hier haben wir nicht nur einen normalen usb a port wie was aus den cambern gewöhnt sind sondern hier haben wir tatsächlich auch noch einen etwas moderneren usb c port der hier mit 18 watt angegeben ist und demnach schnell ladefähig für alle die ihr eigenes ladegerät mitbringen wollen oder ähnliches hier noch laden wollen gibt es ja auch noch eine 230 volt steckdose ansonsten gefällt mir sehr gut dass wir hier solche weich aufgeschormt und gepolsterten wände haben das ist gerade wenn man eben ein bisschen mit wandkontakt schläft sehr angenehm und ein detail was mir noch aufgefallen ist wir haben hier reißverschlüsse in den seiten wänden das liegt daran dass hier die rücklichter dahinter sind und das heißt wenn hier mal ein rücklicht kaputt geht kann ich den reißverschluss öffnen und kommen dann eben von innen an die rückleuchten hier vom jumper die rückwände selber die sind eben auch mit diesem kunstleder bezogen genau wie die decke im gesamten fahrzeug alles schön angenehm weich hinter schäumt und die fenster haben wir ja schon von draußen gesehen die sind beide ausstellbar und mit sperrigeln versehen ich würde sagen damit haben wir es und spring jetzt mal eine etage höher ins zweite bett von diesem fahrzeug ein kleiner kritikpunkt hier am hannes camper ist der aufstieg ins dachbett denn es gibt hier diese schicke und leichte teleskop leiter aber es gibt nicht wirklich einen festen platz für sie wir haben sie jetzt im testraum meistens während der fahrt unter der matratze gehabt und der nächste punkt ist man kriegt sie jetzt zwar wunderbar ausgefahren und arretiert aber es ist natürlich keine einhänge leiter das heißt sie steht hier immer irgendwie komisch zwischen den scharnieren und steht auch nicht wirklich fest das heißt hier muss man wirklich aufpassen dass man hier mit der leiter nicht irgendwo den abflug macht ich meine weit geht es nicht geht bis hier es reicht aber dass einem die leiter hier nach hinten abwürft ja darüber geht es dann hier hoch ins aufstelldach eine etage höher ist die liegefläche ein meter dreißig breit und ganze zwei meter lang das heißt man hat in der länge natürlich schon noch mal etwas mehr platz die dachschale ist hier mit zwei lampen versehen die sich hier per touch aktivieren lassen einem eine anzeige die sich leider ich habe nicht hinbekommen sie auszuschalten aber man kann sich hier verschiedene werte anzeigen lassen unter anderem auch die temperatur hier steht jetzt die sonne drauf und trotz kühler außentemperaturen haben wir hier oben gerade 19,3 grad auf der rechten seite in fahrtrichtung rechten seite haben wir hier ein wetterfestes fenster da kommt dann schön licht rein wenn es regnet ist man hier eben trotzdem wetter geschützt auf der in fahrtrichtung linken seite das ganze noch mal mit einem moskitonetz das sorgt dann gleichzeitig für belüftung und das hauptfenster ist hier vor kopf das heißt man hat auch vorne vom fahrzeug aus noch mal eine tolle sicht an ausstattung haben wir weiterhin hier noch zwei einhängen netze hier hinten noch so ein einschub wo man dann zum beispiel die nachtlektüre unterbringen kann hier vorne gibt es hier ein cupholder pro bettseite ein usb port mit mit zwei ladeanschlüssen der ist auch auf jeder seite vorhanden und weiter vorne noch mal zwei ablageschalen wo dann eben perfekt das handy rein passt ein detail was mir auch sehr gut gefällt an dem fahrzeug ist dass man hier den ganzen stoffbalk mit reißverschlüssen raustrennen kann das heißt wenn man hier tatsächlich mal ja im hochsommer im freien schlafen will kann man eben den stoffbalk mit dem reißverschluss einmal rausnehmen dann fällt er runter und man liegt hier oben grundsätzlich im freien hat aber eben noch das schützende dach über sich also sehr sehr feine sache ist natürlich in punkto gewicht ein faktor das muss man sich vorher gut überlegen und bei den kosten kostet der spaß hier oben eben auch noch mal 6900 euro on top das muss dann jeder individuell überlegen ob er das nutzt und ob er das braucht ich würde sagen jetzt haben wir alles gesehen es wird zeit für ein fazit vor dem fazit wie immer noch ein wort zum gewicht wir haben diesen testwagen mit vollem wassertank und gasverräten auf die waage gestellt und sind dabei auf 3230 kilogramm gekommen das heißt wir haben eine zuladung von 270 kilogramm übrig und damit wird auch schnell klar wenn man dieses fahrzeug wirklich zu viert nutzen möchte wird schon echt eng mit dreieinhalb tonnen also da muss man dann vielleicht noch eine tüte chips und eine flasche wasser ich glaube viel mehr kann man dann nicht mehr mitnehmen aber ist ja auch kein problem weil wenn man zu viert reisen möchte kann man den großen hannes ja auch problemlos auflasten er steht ja schon auf einem maxi chassis andererseits muss auch sagen wenn man das aufstelltach weglässt also man weiß man fährt bloß zu zweit im urlaub dann spart man sich hier mal ganz locker wahrscheinlich so 130 bis 150 kilo und dann schaut es mit der zuladung auch schon wieder ganz anders aus weil dann landen wir irgendwo bei 3,1 tonnen und das bei dieser ausstattung das ist dann wirklich kein schlechter wert da macht sich dann der leichtbau doch tatsächlich bemerkbar und das macht sich natürlich auch im preis bemerkbar der testwagen ist ja bei 90.000 ohne die 7.000 von dem aufstelldach weil sogar würde ich schon mitnehmen mit dem wechselrichter land war dann bei knapp 83.000 und dafür finde ich ist es echt ein gutes angebot ja zumal einfach die ausstattung die hier schon inklusive ist einfach begeistert also ich persönlich muss auch sagen mich hat das aufstelldach mir hat das sehr sehr gut gefallen also ich würde mich da schwer tun das raus zu konfigurieren würde wahrscheinlich eher dann über die dreieinhalb tonnen gehen insgesamt finde ich merkt man aber auch wie wir am anfang schon gesagt haben dass hier viel feedback mit eingeflossen ist dass er in vielen punkten sehr optimiert ist und insgesamt auch sehr gefällig wir hatten ein paar kritikpunkte jetzt mit der leiter oder die bettkonstruktion dass man nicht so gut an die gasflaschen kommt aber in summe waren das doch eher kleine kritikpunkte und ich fand das fahrzeug wirklich überzeugend ja definitiv also der große hannes kriegt von mir auf jeden fall ein like aber wie ist es bei euch kriegt der große hannes von euch auch ein like oder sagt er doch nichts für mich und wenn ja warum ist er nichts für euch schreibt es uns in die kommentare wir werden es auf jeden fall lesen und ja ich glaube wir sind durch wenn es euch gefallen hat lasst uns auch ein like da das habe ich vergessen lasst uns auch ein like da abonniert uns und aktiviert die glocke damit ihr keinen weiteren beitrag mehr verpasst und den ausführlichen test vom großen hannes den großen test vom großen hannes findet ihr in der campingbusse 2 20 23 da lohnt auf jeden fall mal ein blick rein und ich würde sagen wir gehen jetzt und suchen pflichtpakete bei anderen herstellern